Was bedeutet Makrobiotik? Wissen Sie auch, was das Wort bedeutet? Makrobiotik? Ein langes, gesundes Leben. Krankheit ist nur ein Ungleichgewicht und kann durch die Wiederherstellung des Gleichgewichts mit richtiger Ernährung und Selbstreflexion zur Gesundung führen. Krankheit kommt und kann genauso wieder gehen, wenn wir es erlauben, wenn wir bereit sind zur Veränderung. Getreide ist eine vollständige Nahrung. Es hat Eiweiß, Kohlehydrate, Mineralien, Vitamine, es hat Spurenelemente und was ganz wichtig ist, noch viel, viel, viel wichtiger ist, es hat Energie. Sie können von einem Getreide nur etwas erwarten, wenn es vollkommen ist. Dann haben Sie erstens die Key, zweitens auch genau die Mineralien, was Sie brauchen, was zerstört ist, was zerkleinert ist, kann keine Ernährung mehr sein. Es ist ein Füllen Ihres Körpers, aber keine Ernährung für eine Heilung. Wir verwenden das ganze Gemüse. Ihr werdet wahrscheinlich immer das Grün von den Karotten wegwerfen und uns euren Hasen geben. Aber da verwerft ihr das Wichtigste weg davon. Da sind viele Bitterstoffe drin und diese Bitterstoffe gleichen das Süße der Karotte wiederum aus. Nachdem die Bombe in Hiroshima gefallen ist, musste man wieder feststellen, dass dieses Miso so eine tolle Wirkung hat, dass die Menschen, die sich ganz traditionell ernährt hatten, sehr schlicht mit dem Miso, die konnten sich vor der Strahlung schützen. Das Süße Geschmack ist für den Magen, Milzen, Bauchspeicheldrüse. Die Lunge ist dem Schafen zugeordnet. Ein bisschen scharf dazu gegessen. Zu jeder Mahlzeit tun Sie was für Lunge und für den Dickdarm. Dann haben Sie die Nieren, das Wasserelement. Das ist der Nieren und der Blase zugeordnet. Das ist dem Salzigen zugeordnet. Essen Sie nicht zu viel Salz, aber lassen Sie kein Salz weg. Die Leber ist dem Sauren zugeordnet. Reis entzogene Süße. Das heißt, es ist kein Einfachzucker, sondern es bleibt ein Mehrfachzucker. Und somit für uns verträglich. Auch bei Diabetes. Auch bei Diabetes. Sogar ein Heilmittel für Diabetesleute. Ich empfehle es gern für Familien, wo ein Kind haben, wo ein Zappelfilieb ist. Da empfehlen wir dieses Amasake. Und Sie können mir ruhig glauben, das geht vielleicht noch acht Tage und das Kind wird ruhig. Masach3000 Untertitelung des ZDF, 2020